Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet und konntet euren Routinen soweit nachgehen. Heute werden wir über Chainlink sprechen. Ich habe lange nicht mehr darüber gesprochen, aber im Hintergrund wird gebaut, egal ob ETFs freigegeben werden oder nicht, ob es Gerüchte sind oder nicht, aber man sammelt im Hintergrund trotzdem die Informationen und gebündelt, so mache ich das zumindest, verfasse ich das Ganze auch im Rahmen meines Videos. Und wir werden über CCIP, über Tokenisierung, Real-World Assets sprechen und dezentrales Computing im CCIP-Protokoll. Okay, Freunde, ihr seht es, ihr merkt es. Ein anderes Setting heute. Ich hoffe, euch gefällt es und schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, so sieht das ein bisschen wärmer aus als dieses kalte vorherige und wo man wirklich nur mein Gesicht gesehen hat. Ich glaube, das ist ein bisschen eine bessere Atmosphäre, euch gegenüber auch transportiert. Lass uns aber direkt starten. Wir haben alle die Gerüchte gesehen. Wir haben alle gesehen. Ei, 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 Cointelegraph, was hast du da gemacht? Lass keine Praktikanten in die Social-Media-Abteilung. Aber wir haben gesehen, dass Bitcoin und Krypto ordentlich, ordentlich durch Falschgerüchte und auch Falschaussagen, ja, to the moon geschickt worden ist. Trotzdem muss ich an dieser Stelle sagen, dass das Ganze eigentlich ein guter Test war. Wir haben gesehen, der Markt hat auf Grundlage einer News auch reagiert. Ich weiß, es ist verdammt betrügerisch, aber man hat schon gesehen, dass die Liquidität und das Kapital ja schon bestand und die Leute nur noch darauf gewartet haben, dass ein ETF freigegeben wird. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ihr kennt alle diese Zusammenhänge. Lass uns direkt auf den Kryptomarkt schauen. Entwickelt sich so erstmal gut. Also mir ist es ja sowieso komplett egal, ja, wenn der Kryptomarkt komplett am Abstürzen ist oder wenn wir hier noch rote Zahlen sehen. Das ist mir sowas von egal, weil es geht um Long-Time-Investments. Wir sind alle sehr, sehr früh dabei und das ist, glaube ich, ein Umstand, den viele Leute vergessen. Doch wenn wir auf Chainlink schauen, dürfen wir mehrere Sachen nicht vergessen. So, Chainlink hat schon die ein oder anderen bahnbrechenden Informationen und News soweit rausgehauen. Wir haben CCIP gesehen. Wir haben gesehen, dass das All-Time-High hier von 50 Dollar auf Grundlage der Information nicht geknackt worden. Viele sind davon ausgegangen. Jetzt geht's los. Aber trotzdem sehen wir auf der anderen Seite, ja, das Volumen sinkt an dieser Stelle. Und auch im Rahmen der On-Chain-Daten passiert eigentlich nicht viel, wenn wir auf Chainlink schauen. Trotzdem im Hintergrund werden hier Bahn, also meiner Meinung nach, sorry Freunde, meiner Meinung nach bahnbrechende Informationen auch soweit preisgegeben. Hier hatte Chainlink einen Blogbeitrag gepostet, der es geht um Real-World-Assets. Auch sie sind der Meinung, ja, sie gewinnen weiterhin an Bedeutung. Real-World-Assets sind Punkte, die wir in der Roadmap, in der gesamten Krypto-Geschichte nicht vergessen dürfen. Das ist ganz wichtig. Es ist eine weitere Innovation, eine destruktive Erneuerung, wenn wir auf Tokenisierung denken, wenn wir auf Kreditvergabe denken und auch die einfache Zugänglichkeit an den Kryptomarkt denken. Aber an sich ist Real-World-Asset sehr, 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 sehr komplex. Und auch Coindesk ist derselben Meinung, ja, die Tokenisierung realer Vermögenswerte können einen neuen Narrativ-Hype-Zyklus für Kryptowährungen auslösen. Und der Link-Token, ja, Chainlink, könnte die sicherste Wette für Händler sein. Auf jeden Fall sind das erstmal heiße Aussagen. Trotzdem hatte nämlich auch Coindesk aus dem Research von K33 auch eine Passage zitiert. Und auch in dieser Passage ist K33 Research zur Erkenntnis gekommen, dass Link im Bereich Real-World-Assets ja die sicherste Wette sei. Und wir wissen, wie es gibt nichts Sicheres in Krypto. Und trotzdem ist das schon eine starke, starke Aussage. Doch lass uns doch mal in den Blog-Beitrag mal reinschauen. Es ist sehr, sehr spannend und interessant, wie hier die Gegenstände, die Informationen in Einklang gebracht werden. Und ihr seht es, ja, also Chainlink hat hier in diesem Beitrag über Real-World-Assets gesprochen. Das Wachstum, die Nachhaltigkeit. Sie haben hier diesen Vergleich zwischen Lending und Borrowing auch nochmal aufgestellt. Aber in wenigen Passagen nur Chainlink auch erwähnt. Und trotzdem sind sie der Meinung, dass Real-World-Assets hier einen starken, starken Charakter, auch einen nächsten großen Hype auch auslösen könnten. Tokenisierung selber ist ein wichtiger Umstand. Und auch in diesem Beitrag erläutern sie das Ganze auf hochwissenschaftlicher Ebene. Muss ich ja an dieser Stelle sagen, also es ist jetzt keine Werbung, ja Werbeblock, wie es bei vielen anderen Krypto-Projekten der Fall ist, wo sie ein Problem aufgreifen und wo sie dann im selben Zuge sagen, ja die Problemlösung sind wir. Und das habe ich in der Vergangenheit sehr, sehr oft gesehen, wenn wir auf irgendwelche Blog-Beiträge recherchieren oder sonstige Sachen damit machen oder generell mehr über Projekte erfahren wollen, war immer so diese Grundlogik, ja Problem und wir sind die Lösung dazu. Und hier in diesem Fall, und das meine ich nämlich damit, wenn ich sage, Chainlink wurde nicht allzu häufig erwähnt, ist das ein sehr, sehr guter Beitrag. Und so ein bisschen in den Nuancen tatsächlich steckt hier Chainlink mit drin. Das ist eine auf jeden Fall eine wahnsinnige Sache. Wir dürfen Real-World Assets so nicht vergessen. Wir dürfen es nicht vernachlässigen, Freunde. Es ist eines der wichtigsten Punkte, wenn wir auf Krypto insgesamt auch schauen. So, mach doch mal jetzt hier, ey. So, so. Gut, ist ein bisschen zu sehr reingezoomt. Aber wir sehen hier, Real-World Assets hatte tatsächlich 2022 so sein High gesehen. Ja, also da wurde es neu eingeführt, viele Protokolle wurden aktiv genutzt, aber so langsam, aber sicher, haben wir hier jetzt nicht gerade diesen Ausbruch gesehen, aber trotzdem stagniert das Ganze und tatsächlich viele der Protokolle, die im Bereich Real-World Assets angesiedelt sind, gewinnen in den letzten Monaten weiterhin Anwand. Und genau dieses Mysterium haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen. Ein Narrativ ist entstanden. Auf einmal wollten alle ein Stück daran teilhaben. Und auch diese Nutzungskurve, ich nenne es mal Nutzungskurve, ja, kann man auch 1 zu 1 auf den Preis übertragen. Da werden wir auch sehen, dass 2022 ein Maples oder ein Goldfinch im All-Time-High gelegen hat und jetzt so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Dennoch ist für mich eines der wichtigsten Punkte, ja, ab 2023, Januar, wurden diese Protokolle ständig genutzt und wir sehen, dass auf der anderen Seite das Volumen auch hier weiterhin zunimmt, ist auf jeden Fall eine starke Sache. Auch bei Real-World Assets, wenn wir auf den Ein-Monats-Change mal übergehen und wirklich mal schauen, ja, wie sich die Real-World Assets in den letzten 30 Tagen verhalten haben. Und ihr wisst, Freunde, wir können nicht nur an einer Hand abzählen, wie viele negative Meldungen wir zu Bitcoin oder Krypto bekommen haben, ist auf der anderen Seite die Protokolle, die im Bereich Real-World Assets angesiedelt sind, weiterhin und ständig gestiegen und auch an TVL hinzugewonnen. Und das ist eine bemerkenswerte Sache. Doch, wie passt hier Chainlink eigentlich am besten rein? Das ist ja auch irgendwo die Frage, viele verwechseln Chainlink tatsächlich mit einem Oracle-Dienst. Also Chainlink ist schon lange, lange kein Oracle mehr. Und in dem Punkt wird auch CCIP dafür sorgen, dass Chainlink die Tokenisierung auch voranschreitet. Es geht nämlich, das größte Problem in der Welt der Tokenisierung ist nämlich die Sicherheit. Ja, wir wissen, wir haben Protokolle, die funktionieren einwandfrei. Ob es jetzt der Länder ist, ob es jetzt der ist, der das verleiht oder der es geliehen bekommt. Das Problem ist immer die Sicherheit, ja. Das heißt, die Assets müssen auf der anderen Seite irgendwo ja sicher sein. Und genau auf der anderen Seite geht es nämlich auch bei Banken darum, dass sie, wenn sie einen Dienst sowie Chainlink nutzen möchten, auch darüber im Klaren sein müssen. Und das erfordert auch ein jahrelanges Approvement der obersten C-Level-Ebene, dass auch die Assets sicher sind. Denn das ist nämlich der Fokus, auf den die Banken eben auch schauen. Und CCIP mit dem Active Risk Management hat die Sicherheit, die sie anbieten kann. Es ist quasi, ihr wisst, ja, dieses, ach Mann, wo war nochmal das Symbol bzw. das Bild? Das war nämlich das hier, das Active Risk Management, ja. Das ist ein geschützter Raum, wenn es um die einzelnen Vermögenswerte geht. Denn wir haben die Möglichkeit, die einzelnen Transaktionen, die über Real-World Assets laufen oder wo überhaupt Real-World Assets mit beteiligt ist, mittels dem Active Risk Management System Offchain, das Ganze eben auch abzubilden. Es ist quasi wie ein geschützter Raum, der, ja, alles einfach zulässt mit der höchsten Ebene an Sicherheitslayer. Und das ist für mich die, ja, das, was Chainlink ausmacht. Und auch Segei Nazarov hatte in der Vergangenheit häufiger, häufiger gesagt, es ist sicher und da kann nichts passieren. Wir haben die Möglichkeit, auch von Ethereum unsere LPs auf, ja, Avalanche oder wie auch immer auch hin zu transferieren, ohne dass wir die Sorge haben müssen, dass alles, ja, nach hinten losgeht. Und genau das ist es nämlich auch, was Chainlink hier soweit auch bietet. Lass uns die Real-World Asset-Sparte mal so ein bisschen hinter uns lassen. Lass uns mal eher auf das dezentrale Computing und auf das globale dezentralisierte Marktplatzumfeld mal schauen. Auch ein Thema, was, glaube ich, so wir noch nie behandelt haben. Aber ich sagte bereits, Chainlink ist kein Oracle. Viele verwechseln das. Es ist kein hundertprozentiges Oracle. Es ist ein Ökosystem aus tausenden dezentralen Computernetzwerken. So können wir das Ganze sehen. Ermöglicht es nämlich das dezentrale Computing, wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, die Erstellung von Validatoren, die einen einzelnen spezifischen On-Chain-Berechnung auf vertrauenswürdiger und überprüfbarer Weise verarbeitet. Und soweit ich weiß, wird das dezentrale Computing-Marktplatz bald starten. Wir haben nämlich alle damit die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob viele technologische Kenntnisse dafür gebraucht werden oder nicht. Das kann ich jetzt zum jetzigen Stand nicht sagen. Das heißt, jeder kann sein eigenes Chainlink-Netzwerk starten und die Dienste und Node-Anforderungen, Datenquellen, Multisigning und auch Sicherheitsparameter und so weiter anpassen. Aber das eröffnet uns jetzt auch die Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten, eigene Nodes auch soweit zu erstellen. Natürlich musst du auch auf der anderen Seite monetarisiert werden. Also du brauchst einen Konsensalgorithmus und wirst sicherlich, wenn dein Service oder wenn einzelne Transaktionen über deine Node ausgeführt wird, kriegst du sicherlich etwas von den Transaktionskosten ab. So war es nämlich in der Vergangenheit häufiger. Und ja, es ist auf jeden Fall eine verdammt interessante Sache. Zu früh noch, um weitere inhaltliche Aussagen darüber zu treffen, wie es funktionieren würde und wie man seine eigene Node starten kann und so weiter. Ich weiß auch, dass mit dem Chainlink-Staking das Ganze auch schon soweit auch anläuft. Und es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft nach oben, wenn wir auf die unterschiedlichen Ebenen schauen, wo sich Chainlink auch etablieren möchte. Wie gesagt, es ist nicht nur eine reine Oracle-Dienstleistung, die angeboten wird, sondern ein Ökosystem aus vielen, vielen verschiedenen Netzwerken und vielen verschiedenen Use Cases. Ist das auch so mein Fazit an dieser Stelle? Und ja, natürlich auch deine Meinung. Wie siehst du das Ganze? Schreib das gerne in die Kommentare. Lass uns da in einen Austausch übergehen. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in den Tag da draußen. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.